In voller Fahrt geht es auf Alt-Weitrath zu. Der Dampfzug ist eine der wichtigsten Attraktionen im Waldviertel, das hat man inzwischen erkannt. Noch im Frühjahr 2001 hing alles am seidenen Faden. Nicht nur der Regelbetrieb mit Dieseltriebwagen, auch die Dampffahrten an den Wochenenden standen zur Disposition. Jetzt sind die Nostalgiefahrten zunächst gesichert. Dampf und Naturerlebnis sollen die Besucher ins Waldviertel locken.